Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Dead Island mit dem Marco. Genau, und wir, äh, warum ist der rote Kreis weg? Ja, weil ich hier raus bin. Komm, wir hauen jetzt ab. Okay. Let's go. Das pure Böse ist das nächste Kapitel, dass man nur ganz kurz lesen kommt. Okay, der wird mit uns noch reden, wahrscheinlich. Achso, wir sind ja schon da, oder was? Ja, das war echt schnell. Oh, das geht hier tief in den Dschungel. So viel zum Abhauen von der Insel, ne? Und das Kapitel heißt das pure Böse, was uns hier wohl erwartet. Das sehen wir vor uns, der Teufel mit dem Stringtangar. Ist auch schon so ein Teufelchen, ne? Lauf zu. Ist schon schick hier, muss man sagen. Oh, der ist stark. Du, Chris, deine Schwiegereltern sind da. Nee, nee. Das sind deine Eltern. Du hast sie nun nicht erkannt. Ja, Marco. So, und jetzt? Da vorne kommt ein Zombie-GV. Ist das ein Grafik-Bug da? Naja. Oh, nein. Was? Ja, der Dicke. Das ist doch easy. Easy. Seht ihr, wie viel mein Ding Schaden macht? Alter Schwede. Ich sag doch, mein Zauber-Schnam. Ich hab zwei, ich hab auch einen in der Hose. Ich sag dir jetzt voll krass beide. Der Zauberstab in der Hose, so nenne ich die Folge. Sehr gut. Ich sag dir jetzt voll krass beide. Der in der Hose ist krasser. oh ja ok hält aber doch doch das ist voll vietnam gefühlt ob das youtube blickt was damit gemeint ist natürlich wird erst mal gespeikt von mir ich bin unterwegs ich bin unterwegs ich bin da was habe ich denn jetzt gemacht maccarele macarena gibt es auch so ein lied ich habe gerade irgendwas aktiviert das habe ich noch nie verwendet glaube ich oder selten das ist diese raserei oder was oder dicke hierher auf den auf den auf den auf den dicken ich habe auch keine mehr auf freddie freddie grüger so heißt meine kollegin wer elli eddie dd doppel dd hat doppel den ist ja wahnsinn er war müssen der so stark das ist ein großer da nicht ach du heilige macarena sind wir als beide draufgetreten auf den ja aber nicht gleichzeitig also ach so du meinst die animation hätte das nicht muss mich dringend mal kann heilen meine apple als erstes gesehen beansprucht jetzt hatte mir alle weg gegessen muss ich warten bis das pferd dieser die äpfel auskackt die kannst du gerne haben die er sich nicht wir sind auf seinem niveau warum läuft der alleine weiter ja weil das kann oder ist ein dicker kein dicker sondern ein schleimbeutel er hat eine schleimbeutel entzündung haben wir es beide auf den geschossen ja ja was auch ein revolver magnum ne mag nein nein ich weiß es gut dass ich keine markt stehen steuerung mit der raserei oder was ja y ich bin auf y gekommen müssen wir mal aktivieren auf jeden fall ich habe kann ich habe den den ganz großen sind zwei meter typ habe ich mit den fäusten kaputtgeschlagen ja ich wollte es davor mal aktivieren aber ja ging irgendwie nicht wir sind bei 82 prozent drei prozent mehr wie vorher kein flüstern links 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 da steckt rechts 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 polizei bleiben sie stehen hast du wieder die raserei aktiviert das war so ein paar schöne waffen gebaut das geht nicht bei mir mal y ist auch nach wie vor cool muss ich auch mal gucken optionen steuerung y nein ich glaube er oder er wie raserei achtung ganz viele zombies sein es ist doch y also das hier ist ja wäre in der zombie apokalypse echt cool nur diese sicherheit hinter der klinge scheiß auf das scheiß auf das was du bist liege wert auf das was du machst marco ich habe probleme ich komme ah hey aber warum habe ich da jetzt die waffe gewechselt das mache ich nicht hey ist die raserei schon rum oder was oder was sie nicht voll was sie wahrscheinlich nicht voll gehabt keine ahnung er hat gefetzt hol den revolver schluss mit lustig so nicht du aggressiv vor und jetzt hat das recht wieder getan oh ich bin fast tot der ist weg scheiß der ist im gebüsch ja da ist er doch weg da treffen wir den nicht heiland zack boah da treffen wir den nicht was soll die schade aber der trifft uns das ist ein cheater ja gut hast fein gemacht äh wo ist der hin da schieße in den kopf 1,2,17 1,2,17 ich bin 18 okay let's go let's go it's me sagt er er sagt let's go it's me sagt er zumindest mal beim autorennen nein nein sagt er nicht it's me it's me malario 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 ich habe ein meme dazu wo es malaria heißt oder malario oh hat den kopf dann von dingens da ist freddy teddy oh eddy meinst du eddy richtig biker eddy ach du scheiße ich halte die stellung ich habe keine munition mehr du musst die stellung halten ach so hey eddy ja ich habe geupgradet du hast den dust gemocht geupgradet doch plan bau geh weg geh weg geh weg was er ist doch tot ja hinter dir spaß bist du hier sind ganz schön viele eddies unterwegs man ich glaube hier ist ein biker club hast du den geld ähm nein 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 ok du holst den zwölfter auf nö nur ein paar wiskis hinter dem zombie übersehen ich habe mehrere übersehen du bist der zombie ich finde schade dass unsere let's play so wenig geguckt werden die sind doch so unterhaltsam und lustig so verrückt wie ja wie psycho bei mir werden die eigentlich ganz ok geschaut ich spreche nicht nur von fünf oder fünfzig sondern von 50.000 hä 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 boah alter die landschaft hammer ja im klein wenn man klein ist das halt noch so marco das ist normal ich weiß nicht was du für ein problem hast aber das muss ich doch rum sprechen dass da zwei kranke zusammen abhängen hä zwei lebrakranke hä wie bist du da ja ebenso ach da ist ne leiter so die brücke ist um komm rüber uga uga schau mal diese aussicht an hab ich doch gesagt far cry 1 so ähnlich carl of duty hä carl of duty black cops da ist doch carl of äh ja keine ahnung ach indiana jones sie kommen gleich die geister ha 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 was wäre harrybert jetzt wird es lustig auch drauf junge ich habe auf ihn geschossen du verlierst gleich deine hose ist das klar was er machen cooles alter lunch abendessen okay ja und der der soll folgen bin ich eigentlich schneller wie du unterwegs doch viel schneller da nicht alter ist das geil was klar was du hab jetzt mache ich die türen zu scheiße haben wir wettrennen oder oder kommen wieder mal gerade kopfhör schrägter alarm schrägter alarm hallo hier ist der heimatschutz hier mal darauf macht der scheiße die ist schlecht gut dann bleiben wir da hier wo ist die eine die daran ach so die wo wir begleiten ja gehe weg gehe weg überhaupt auf die unter die hat die probleme probleme kommen runter ja ich komme runter das ist einfach nur okay es kommt unendlich wir müssen hier einfach nur beschützen ich habe gerade echt gesundheitsprobleme hier können wir wenigstens gut level naja die wochen geht schnell kaputt dann und jetzt haben wir sind viel zu krank mal wieder hinterher rennen als hätte mcdonalds 4 gratis abgaben natürlich bin ich schneller guck mal wie schnell ich war aus lauf ist ja auch natürlich auch ich mache mal gehen und bin so wie du blöder angehmer guck mal ich die ganz normal ich spaziere ok was hölle die haben mich darunter geschubst ja mich ja auch das muss zum spiel gehören torzahn oh gott hey du bist doch ein seltener mann ich hatte dem müssen helfen springt tot noch jemand soll da gar nicht runter springt ich bin unten punkt oder ich bin unten du bist nicht tot ich bin wiederbelebt ich bin aber gleich tot was ist los auf die machte ich dumm mutter was geht marco wieder schimpfen ich bin am abkratzen hier sind lauter zombies zu der hinten marco bei dir hinten der wer braucht hilfe ich brauche hilfe ich brauche ich brauche ich bin fast tot du bist du da hinten entscheidend die großen kommen wo sind hier was zu essen komm hier und sind meine pistole zurücknehmen ok achte ich hin ok nicht mehr lange ich bin tot ich bin sogar tot glaube ich ja dann muss ich gucken bin wieder da da ist auch die paar hundert dollar jetzt ist hier prügelei ich habe mich gerade per ding ins gekillt ich habe es geschafft wir haben es well done my son ja man kann es wieder schimpfen bekommen mhm war ganz krass das blöde ist in meiner aufnahme hört man es trotzdem weil die stummtaste die gilt nur für den ganz teamspeak kannst du das aber für beides machen ich weiß oder ich habe bei mir zum beispiel beides unterschiedlich dann kann ich das nochmal anpassen ok da sind wir wieder am boot entlang so kriegen wir jetzt was von dir ne noch nicht aber marco mein pass ist gekommen diesmal bei 19 minuten passt aber newtonmeter ok vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten newton zentimeter und ja zmb sagt tschüss tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal